1.6 skywars ist geschichte jetzt gibt es 1.9 skywars es gibt neue maps und neue kids zum beispiel das warden kit und ninja wurde ein bisschen geändert ich habe eine kleine testrunde gemacht was heißt testrunde ich habe nur geguckt wie gut das ist und das ist eigentlich ganz okay ich will mich nicht beschweren jetzt haben wir nicht endlich diese weder helme es gibt auf jeden fall neue maps wie zum beispiel das formel 1 map und ich habe schon wieder keine arzt leute wie schnell das geht das ist nicht mal das nicht mal geschwindigkeit das ist einfach so schnell und ja dann kommen wir so schnell rüber kein sonic boom machen machen wir mal den nächsten und zwar bandit da können wir ein item von einem anderen kopieren like das wieder wenn ich das gut erklärt habe ist wirklich kopieren du kannst einfach wenn ein dreizack hat oder der perle kannst du mit diesen geistern auf ihn drauf machen diese geister und dann kannst du einfach ein item sozusagen kopieren jetzt kann ich auf den ihr drauf machen oder so so und dann so ich kann mit schiff jetzt zum beispiel klauen ja jetzt haben wir das play ist machen jetzt kann ich wieder schiften und kann zum beispiel erst die axt klauen so da haben wir den typ jetzt können wir hier noch eier abvertonen noch ein geist spawn so bitte macht jetzt nicht mit fatum irgendwas scheiße wo ist eigentlich mein hilfgeist er ist immer noch hier ja Ja, der ist tot, komm. Ist grad ein Abo-Orgum gekommen? Ja, der ist tot, komm. Ja, der ist tot, komm. Ja, der ist tot. Ja, der ist tot. So, jetzt ist sein Helm kaputt. Jetzt ist sein Helm kaputt. Komm her. So kaputt. Wo sind eigentlich seine Schuhe? So, ja, okay, komm. Chestblatt kaputt, alter, GG, Digga. Schon, ne? Komm einfach hier alle rein. Hä? Ja, der ist, der legt. Ja, okay, wow. So. 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 Okay.